Schauspielerin Scarlett Johansson, die bereits 38 Jahre alt ist, strahlt vor Verliebtheit. Man kann es deutlich in ihrem Gesicht sehen. Der Hollywood-Star hat nun ungewöhnlich offen über ihre Ehe mit dem US-amerikanischen Comedian Colin Joost, der 40 Jahre alt ist, gesprochen. Die beiden sind bereits fast drei Jahre lang verheiratet. Bei ihrem Besuch in der amerikanischen Morningshow CBS Mornings wirkte sie sehr entspannt und glücklich. Sie nahm auf einem Sessel Platz und trug ein helles Blümchenkleid. Ihre Haare waren streng nach hinten gebunden, aber der Ton des Gesprächs war dafür umso lockerer. Seit Mai 2017 ist Colin Joost, der bei Saturday Night Live arbeitet, der Mann an der Seite von Scarlett Johansson. Und die beiden wirken wirklich glücklich miteinander. Zuletzt konnte man sie im Mai auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cantorteln sehen. Sie hielten Händchen, warfen sich verliebte Blicke zu und streichelten ständig die Hand des anderen. Was ist also nach sechs Jahren Liebe und einem gemeinsamen Kind, Sohn Cosmo ist fast zwei, ihr Liebesgeheimnis? Die Schauspielerin, die bereits in Filmen wie Hitchcock und Iron Man 2 mitgespielt hat. I don't profess to know anything about that, Johansson says of the so-called, secret, to a successful marriage. Though, she addes, we laugh a lot, and we communicate with one another and check in. Anführungszeichen Anführungszeichen Untertitelung des ZDF, 2020